Geil, nicht. Offroad ist das Schlimmste, was es gibt im Spiel. Fahr los, Junge, und sende die AFK! Ich hasse Offroad. Du kannst driften bis zum Get-No, Junge. Und die Karren schlagen einfach aus und du kannst mal nicht reagieren. Nicht mal gegenlenken manchmal. Oh, Giste, früchtig. Und er laggt wieder wie Sau hier. EA und ihre Games, ihre Online-Server. Das ist richtig genial. Nee, in jedem Spiel, ja. Beta und FIFA kriegen sie seit Jahren hin. Oh, Alter. Gibt es ja auch einen Krebs, Alter. Genau, wird einfach hergeploppt. Nein! Ah, da war eine Wand. Da waren Steine. Aufgeploppt einfach. Ja, da hat er sich zurücksetzen lassen oder wurde zurückgesetzt. So wie ich hätte. Obwohl ich da eigentlich weiterfahren könnte. Bin immer noch zweiter. Was ist da los? So viele Unfälle gerade immer. Ja, Offroad ist für mich der größte Krebs, den du kriegen kannst hier in dem Spiel. Offroad ist für mich der größte Rotz. Weil die Karren einfach sich so total bescheuert fahren lassen, ja. Da ist schwammig. Viel zu schwammig. Du schlitterst einfach nur von A nach B. Ja. Kannst du zwar gut driften, Offroad, aber... Ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck. Nein. Du siehst aber auch nichts. Du fährst in den Tunnel rein, siehst du nichts. Ja, die Lichteffekte. Aber genauso, wenn einer ganz Entfolio fährt. Warte, ich könnte mich der Wichser jetzt schon wieder überholen. Ja, es kotzt mich daran. Nein, er ist erster. Oh, noi. Okay, mein Auto steckt irgendwo in der Bambi. Ja, durch. Oh, ich habe auch einen 17er Block gekriegt. Von 15 auf 17 gleich mal. Bin ich bald fertig mit der Kiste. Ah, Windabstimmung. Oh, nur Dings. Rundkurs, Sprint. Ne. Rundkurs nehme ich nicht. Dieser Arc Tower, alter, nein. Liberty City Desert. Oder Silver City Stur. Nehmen Silver City. Oh, ist noch einige Leute gerade dabei, ja. Und die sind alle noch in der freien Erkundung. Und da drei Stimmen. Ja. Da hast du immer mehr, was klar, von Renn zu Renn mehr Stimmen. Guck, was die für eine Karren haben. Ob die auch immer noch diesen blöden Regera haben. Einer hat schon noch vor mir, fährt schon noch einen so einen Meklaren. Einer hat einen Bieter. Mach's gut. Ja, der hat den... Was ist der so? Den Bieter kannst du glaube ich auch auf 400 machen, oder? Martin? Ist das Frag. Ist das Frag, ja. Ist der so schnell? Das ist doch auch wieder ein bisschen unrealistisch. Ein bisschen zu blöd. Da liegt wahrscheinlich nichts. Ja, und ich... Äh, hier ist eine Kurve. Oh Mann, dieses Scheiß. Hä, was ist jetzt? Jetzt muss ich zurückgesetzt. Ich wollte ja gar nicht zurückgesetzt werden. Was fährt mir neben mir? Neben mir fährt ein Rasenmäher, alter. Wie, 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 wie. Noch einer, wo es viel Reifen qualmt hier drinne. Sie ist absolut null. Ich habe hier nur einen Balken Nitro. Oh, Karra, beruhig dich. Oh, da kommt er da. Die strike auch schon. Da, da. Noch recht. Nicht gehst du noch zu nie rein. Guck, der Abstand wird immer größer jetzt. Oh, diese Lecks manchmal. Ich hasse es. Macht's gut. Man sieht sich im Ziel. Oh, leckt schon wieder, alter. In jeder Kreuzung. Also, der da vorne hat schon 800 Meter Vorsprung mit seinem Scheiß-Beatle. Will ich verarschen. Und er leckt die Sau mit seinem, mit seinem Vulkan. Ja, leckt nicht so. Mann, Leute, kauft euch Internet. Ich hasse es. Oh. In jedem verkackten Spiel in dem Multiplayer. Wo halt einfach nicht umsetzen können. Ey, das sind ein paar Hurenzöhne, alter. Ja. Das ist ein, was heißt das? Absicht. Ich weiß. Das ist, das, das gehört dazu in dem Spiel irgendwie. Ein Hurenzöhne, alter. Ey, ich habe eine Karte gekriegt. Obwohl meine Karre schon auf 100% ist. Verkaufen. Biete, auf 399. Ist ja so krass, er bietet den Heater. Warum kommen wir jetzt eigentlich nur noch, nur noch Rennen hier? Normale Rennen. Warum kommt denn nicht mal ein Drift-Rennen? So lame. Ich bin doch der Typ schon wieder. Ich bin doch der Typ wieder. Boah. Sprint-Rennen. Lass Alma als Bekenntnis. Mach's gut. Das war ein Speedstart, Junge. Jetzt kommt der Klappe doch mit seinem Biete an. Ah ne, mit dem Biete haben sie gerade schon abgedrängt. Ja. Ich muss noch ein paar Typen dabei haben. Alter, das nervt doch. Warum, die drückt es doch nicht, Junge. Bis los von 6 Stunden. Nein, der bleibt stehen. Du, da muss man Martin fragen, sonst hat der Typ, ein Typ immer, genau ein Typ hat mich die ganze Zeit immer weggerannt. Wie sind der, ich weiß ja auch nicht mehr. Ein so, Nick, Nick hieß der, glaube ich, Niklas, ein so was. Oh, die haben sich alle gerade vertrifftet. Geil, ich habe freie Bahn nach vorne. Geil. Der hat das in einer Tour gemacht. Wir haben zwei Speedless komplett gefahren. Der hat das in einer Tour gemacht, immer bei mir. Ich wollte einfach nur, anstatt dass er einfach an mir vorbeifahren war. Das eine Mal war auch schwerer wie ich. Nö, er muss mich, beim vorbeifahren muss er mich halt wegdrängen, komplett. Anstatt einfach vorbeizufahren. Nee, war halt nicht drin. Nein, ich denke, die haben dadurch einen Vorteil und einen Gewinn halt. Haben sie da noch. Nichts, ja, bis der Vorletzter. Ja. 2400 Meter habe ich Vorsprung. Ja, was soll ich machen? Ja, ich weiß, ich kenne das. Deswegen, wenn du vorne startest, hast du immer einen Vorteil, dass du nicht weggerammt werden kannst. Aber es hat immer random. Oh, oh, jetzt kommt der Bietettyp wieder an. Oh ja, damals verschifft besser gewesen. Da ist immer, wenn dich einer angerammt passt, ist der ein Skis mit tiefer. Oh, ne, jetzt muss ich mich konzentrieren gerade mal. Ich bin jetzt mal ruhig. Weil ich muss dich gerade in den Bietettyp mehr finden. Obwohl der Abstand jetzt immer größer wird. Auf einer geraden Strecke. Oh, der hat keine Höchstgeschwindigkeit so hoch wie ich. Dass er nur die Beschleunung hat. Dass er meine Höchstgeschwindigkeit nicht mitkommt. Ah, der Porsche ist schon geil. Mein Lieblingsauto in dem Spiel. Nein, fahr weiter. Lass es weiter zählen, warum wirst du mich zurückgesetzt? Jetzt kommt der Typ mit dran. Nein, da vorne ist es sü, alter, warst du, Junge. Ey, Junge, ich raste aus. Du kriegst mir nicht mehr ein. Oh, Alter. Der werde ich aber immer in der Kurve einfach nur, weil ich mal an der Leitplan kurz lang geschnitten bin, weil ich zurückgesetzt bin. Tempo, Tempo. Was werden wir da? Verkaufen. Ja, das ist, das ist, das ist die einzige Scheiße an Online. Oh, wird doch. Ja, trifft Rennen, ja. Da habe ich so noch eine Chance noch das Rennen, das ist komplett so, wie wenn die Speedl ist. Und trifft. Oh, er kann nicht trifft. Das war er kann nicht noch mehr. Oh, hey. Obwohl da ich voll mit dem GTA gut dabei warst. Ja, fangt ja auch nichts, leider. Jetzt kommt alles, jetzt warum nicht starte ich wieder vorne, ey, dann. Ja, das ist das letzte Rennen, das ist wieder total entscheidend. Da gibt es ja noch Multiplikator. Ja, 250, doch. Äh, ich bin genau mittendrin. Richtig geil. Jetzt wird's lustig. Alter, warst du hier zur Rampen, Alter? Ich raste aus, Junge. Gerade im Driften. Muss das nicht sein. Ja, ihr seid die besten Driftprofis, Junge, aber verrät. Ihr könnt alle null Drift mit euren Lamborghini-Karren. Das ist aber auch echt kacke. Naja, spielt man ja auch nicht, also. Ich das sehe, was die hier zurecht driften, gerade. Das ist gewunder. Lol, legt nicht so rum, Alter. Oh, rennt er mich doch nicht an, du Klatschi. Meine Fresse. Ja, ganz ruhig erster bleiben. Meine Fresse. Ah, jetzt hab ich die Kurve versaut. Ja, jetzt ist ein Stein. Warum ist ein Stein auf der Straße? Ja, na, na, jetzt portet mich aus der Map raus. Alter, so dämlich. Jetzt wär ich aus der Map raus, sie portet. Also, jetzt bin ich fünfter. Jetzt geh ich nur noch 1,4 Bonus. Das ist so dämlich. Warum ist diesen Drift-Modifikator nicht aus dem normalen Spiel rausgenommen haben? Wie aus dem normalen Drift-Trennen? Ich verstehe das. Das verstehe ich auch nicht. Warum das hier nach einer Position geht? Das ist so dämlich. Das ist ein Drift-Trennen. Geht um Punkte, nicht um, wer als erster am Ziel ist. Wer hat nur mal den meisten Punkte, als ich da gewonnen habe. Ganz einfach. Ja, jetzt bin ich nicht mehr. Wer da vorne mit seinem scheiß Rucher kann da. Ja, ist klar, man. Ich hab wieder zurückgeportet. Den Laude Leitplanke reingeportet. Also, so ein dämlicher Scheiß. Hauptsache, wir haben einen Multiplayer. Nur wieder, ich dachte, Junge. Hauptsache, den typischen Alibi-Multiplayer reingepackt. So dämlicher Mann. Wie man aber auch geportet hat, wird das Wahnsinn. Ja, sag ich doch. Manchmal voll hier in der Wand, ja? Ich bin hier in der Wand, voll aber volles Ding. Ich auch. Der hat genau in der Steine und dadurch bin ich dann nur vorletzter gewesen. Ja, genau. Und dann kriegst du den... Äh, ich schon wieder. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Garton, Multiplayer ist eine lame. Wenn das gut umgesetzt wird, wird das ja... Ja, das ist ja das. Das ist ja das, was ich meine. Ja, diesen typischen Alibi-Multiplayer. Hauptsache, wir haben einen Multiplayer eingebaut. Hauptsache, wir haben Freeworm reingebaut, der einfach total sinnlos ist. Ja, ihr könnt eure Autos da angucken. Ja. Ja, hauptsache, wir haben es eingefügt. Dämlich, ey. Ist einfach nur lame. Gott, wo kann ich nicht. Sag ich doch. Sag, jetzt werden wir es ja was anderes, wenn wir sagen, mal acht Leute bist du auch so. Wenn du eine große Truppe bist, dann macht das schon Sinn. Da kannst du, entweder kannst du dann im Freeworm machen. Es gibt ja, für Freeworm gibt es ja Leute, die halt relativ sehr kreativ sind. Habe ich schon gesehen auf YouTube. Die machen dann halt, sagen wir mal so, Cops gegen normale Autos. Da legen die eine Strecke fest. Und da tun die anderen sich halt hier auch einen BMW kaufen, hier den X6er und sowas. Dann tun die halt noch, hast du ja die Möglichkeit mit den ganzen verschiedenen Folien.